So, und kommen wir zum dritten Teil, wo es jetzt konkret um Jugendarbeit und Digitalisierung geht. Zunächst einmal eine kleine Hinführung, warum man das Ganze eigentlich machen sollte und dann werde ich ein paar konkrete Beispiele zeigen, wie das Ganze denn laufen kann und welche unterschiedlichen Möglichkeiten es hierfür gibt. Schauen wir uns als allererstes mal an, warum man denn jetzt überhaupt diese digitalen Medien in der Jugendarbeit verwenden sollte. Dazu gibt es natürlich verschiedene Theorieansätze, aus denen heraus man das Ganze betrachten kann. Das eine ist natürlich, dass auch Jugendarbeit Teil der Sozialisation sein kann von Jugendlichen und als Sozialisation wird hier verstanden die Auseinandersetzung des Subjekts mit seiner Umwelt, und zwar in einem Wechselspiel. Und da sieht man natürlich, dass Medien, vor allem digitale Medien, mittlerweile eine Riesenrolle spielen, wenn es um die Umwelt geht. Schon relativ lange wird dann darüber diskutiert, dass digitale Räume ja auch Sozialräume sind. Diese Trennung zwischen Online und Offline, die man früher immer irgendwie künstlich hervorgerufen hat, die gilt für Jugendliche schon relativ lang nicht mehr. Es gibt eigentlich keine reinen digitalen oder rein Offline-Räume mehr, sondern die Räume gehen ineinander über und die Leute, mit denen ich offline zu tun habe, sind häufig auch die Leute, mit denen ich mich online treffe und eben umgekehrt. Das heißt, auch Raumaneignungsprozesse finden eben digital statt, wenn wir das Ganze ernst nehmen. Wenn man dann einen Schritt weiter geht, merkt man eben, dass Medienaneignung auch die Raumaneignung und damit eben auch die Persönlichkeitsentwicklung bedingt. Und hier man natürlich in der Jugendarbeit auch an der Medienaneignung ansetzen kann. Also wie findet die Stadt? Welche Chancen und Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, mir jetzt einen Raum anzueignen? Das fängt bei Ressourcen, sowohl was Hardware angeht, aber auch was natürlich Soft-Skills der Jugendlichen angeht, an. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Anerkennungsprozesse, die digital stattfinden. Wenn Sie jetzt sich zurückerinnern an so etwas wie die Lebensbewältigungstheorie, wo Anerkennungsprozesse zum Beispiel relativ wichtig sind, dann wird eben auch ganz klar, dass hier digitale Medien auch eine große Rolle spielen. Genau so bleiben wir bei der Lebensbewältigungstheorie, sind Ausdrucksmöglichkeiten digital bedingt. Das heißt, das, was ich ausdrücken kann, wie ich mich ausdrücken kann, wen ich mit meinen ganz persönlichen Bedürfnissen erreiche, ist natürlich auch mittlerweile digital bedingt. Die Prinzipien der Jugendarbeit kennen Sie ja alle, aber auch da merkt man natürlich relativ schnell, dass man eigentlich an digitalen Medien nicht mehr vorbeikommt. Freiwilligkeit ist das eine. Interessant wird es dann schon, wenn wir zu Interessenorientierung kommen, denn die Interessen der Jugendlichen drehen sich ja häufig um digitale Medien. Es wird darüber geredet, sie werden tagtäglich genutzt. Das heißt, wenn ich interessensorientiert arbeiten will, muss ich eigentlich zwangsläufig digitale Medien verwenden. Außerdem, wenn es um Mitbestimmung und Mitgestaltung geht, beim Thema Partizipation bieten sich natürlich durch digitale Medien ganz neue Möglichkeiten. Schauen wir uns mal an, wie das so konkret aussehen kann. Dazu haben wir eigentlich zwei grundlegende Möglichkeiten. Das eine ist, dass man digital im physischen Raum arbeitet. Das heißt, ich habe im Jugendzentrum, in der Jugendarbeit, wirklich im Prozess digitale Medien, die ich einsetze. Und das andere ist natürlich, dass ich im virtuellen Raum arbeiten kann. So aufsuchende Jugendarbeit im Digitalen. Dann gibt es natürlich auch da wieder verschiedene Differenzierungen. Es gibt zum Beispiel Angebote, die ganz unterschiedlich aussehen können. Ich habe hier aus meiner alten Arbeitsstelle zwei rausgesucht. Das eine ist eine AG zum Thema Medienkompetenz, wo Grundschüler eben lernen sollen, Medienkompetenz zu handeln. Aufgebaut ist das Ganze allerdings auch mit Elementen von Gamification. Das heißt, man levelt einen Charakter hoch, indem man Aufgaben im physischen Raum löst, aber mithilfe des Computers und so im Laufe der Zeit immer medienkompetenter wird. Dann natürlich auch für den Bereich der tatsächlich so ganz eigentlich normalen Angebote der Jugendarbeit, wenn man sagt, gemeinsam grillen. Da hatten wir etwas entwickelt, wo die Jugendlichen auch im Rahmen eines gamifizierten Projektes sich verschiedene Zutaten für das Grillen freischalten konnten, indem sie Aufgaben gelöst haben, gemeinsam gelöst haben und dann eben tatsächlich durch das Erlangen von Punkten dann mehr Zutaten fürs Grillen sich freischalten können. Das sind Sachen, wo man eben auch Elemente, die man so aus dem Digitalen kennt, einsetzen kann und so ein bisschen dann eben das Virtuelle und das Analoge verbinden kann. Natürlich kann man Medien auch als Lockmittel einsetzen. Auch das wird sehr gerne gemacht. Das heißt, man hat eigentlich andere pädagogische Ziele, nutzt dann aber die Attraktivität von digitalen Medien, um diese Ziele an die Jugendlichen heranzukriegen. Und wie das pädagogisch zu bewerten ist, da können wir ja nochmal drüber reden. Ein Beispiel ist aber zum Beispiel hier in München gibt es digitale Stadtentwicklung. Dort ist ein neuer Stadtteil entstanden und man hat probiert über das Spiel Minecraft, wo Jugendliche dann diesen Stadtteil quasi bauen konnten, die Jugendlichen dazu zu kriegen, sich eben mit Stadtentwicklungsprozessen auseinanderzusetzen und zu schauen, was brauchen die denn, was wollen die denn in so einem neuen Stadtteil haben. Und dann eben aufgrund der Ergebnisse im digitalen Spiel hat man dann eben diese Interessen auch ein bisschen mit berücksichtigen können. Also aus Ausdrucksmöglichkeit hat man ihnen hier Medien angeboten, aber eben auch als Lockmittel. Und da ist die Frage, ist das eigentlich in Ordnung? Zum anderen muss man natürlich Medien und das, was drumherum entsteht, auch als Kultur betrachten. Und zum Beispiel die ganze Kultur rund um E-Sport, also elektronischen Sport, wo wettbewerbsmäßig Spiele gespielt werden. Hier sieht man eben einen Ausschnitt aus so einem Live-Spiel, wo bei eben einem E-Sport-Turnier live gegeneinander gespielt wird und dann ganze Hallen damit gefüllt sind mit eben nicht nur Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen, die sich dann diese Spiele anschauen. Dazu kommt dann natürlich sowas wie Twitch-TV, wo man das Ganze auch online verfolgen kann und seine Lieblingsspieler dann eben auch begleiten kann. Bei diesen Sachen kann man natürlich auch wieder sagen, wie weit verwende ich denn so Medienkultur in der Jugendarbeit? Biete ich Sachen an, die zum Beispiel mit E-Sport zu tun haben? Oder biete ich Sachen an, die allgemein mit digitaler Kultur, mit Selbermachen vielleicht zu tun haben? Gerade ganz groß ist ja auch die Maker-Bewegung, wo eben dann tatsächlich Sachen selbst entwickelt werden und digitale Medien Teil davon sind. Kommen wir zu einem anderen Aspekt der digitalen Medien, der natürlich auch viel diskutiert wird, und zwar die Kommunikation mit digitalen Medien, aber auch die Kommunikation über digitale Medien. Hier ist natürlich etwas, worüber immer wieder geredet wird, mit wie kriege ich denn meine Zielgruppe, wie komme ich an die ran, wie kann ich die informieren? Und da sie nun mal in den digitalen Medien abhängen, bietet es sich an, dort eben auch zu sein, zu informieren und mitzumachen. Natürlich ist das rechtlich immer nicht ganz so einfach, wenn man da sein möchte, wo man die Kids tatsächlich erreicht. Dann ist man nämlich bei WhatsApp und da kommen wir dann wieder in datenschutzrechtliche Probleme. Komme ich noch mal kurz dazu. Dann haben wir eben die Kommunikation mit tatsächlich Aufsuchen der Jugendarbeit im Netz. Hier gibt es Projekte, wo es zum Beispiel darum geht, Jugendliche, die sich radikalisieren, zu erreichen. Aber auch einfach normale Jugendliche im Netz zu erreichen und dort mit ihnen in Kontakt zu kommen. Das ist ein Feld, was meiner Meinung nach noch viel größer aufgebaut werden sollte, weil wir nun mal ganz unterschiedliche Jugendkulturen, unterschiedliche Jugendliche dort sehen können, erreichen können und dann eben in einer Art virtuellen Jugendzentrum oder sowas mit ihnen in Kontakt treten könnten. Nicht zu unterschätzen ist allerdings auch die Kommunikation über Medieninhalte. Das heißt, wenn ich die Medien kenne, die die Jugendlichen nutzen, dann habe ich natürlich auch eine andere Möglichkeit der Beziehungsgestaltung. Das heißt, ich kann mit ihnen über Themen reden, wo sie sonst vielleicht auch keine Erwachsenen-Ansprechpartner finden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ethische Fragestellungen in Computerspielen. Also wenn sie gewalthaltige Computerspiele spielen, dann ist es nicht so, dass alle Jugendlichen bei allen Inhalten immer nur sagen, boah, total geil, sondern da sind auch Sachen dabei, die sie vielleicht beschäftigen, wo sie sich Fragen stellen, ist das denn in Ordnung, wie geht es mir dabei, wenn ich das spiele? Und so etwas aufzugreifen und dafür Ansprechpartner zu sein, ist eben auch eine Sache, die man gut leisten kann, wenn man die Medien kennt. Wenn wir dann eben weitergehen, wir kommunizieren, wir erreichen sie über digitale Medien, wir reden über digitale Medien, dann kommt man relativ schnell zu sowas wie Beziehungsgestaltung. Und ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut mit einer Studentin, die hatte damals ihre Bachelorarbeit drüber, geschrieben, nämlich tatsächlich über WhatsApp in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und sie hat gefragt, war eine kleine Gruppe, aber immerhin repräsentativ für den Landkreis Dachau, wofür wird das denn eigentlich genutzt, WhatsApp? Und das, was hauptsächlich rauskam, waren Terminabsprachen, ein bisschen Beratung, Ankündigungen, Smalltalk, aber auch so ein Jutz-Gruppen-Chat gab es dann eben. Ein paar haben es auch zur Öffentlichkeitsarbeit genutzt, Kontaktaufrechterhaltung. Aber man sieht, es gibt ganz unterschiedliche Sachen, die man damit machen kann und wo eben dann die Jugendarbeiter auch gesagt haben, wir wollen es eigentlich nicht mehr missen. Für uns ist das wahnsinnig wichtig. Die Fragen, die sich dann noch angeschlossen haben, waren sowas, mit welchem Handy macht man das? Mit dem eigenen, mit dem Dienst-Handy? Gibt es irgendwie ein Jutz-Handy? Also das sind auch ganz spannende Fragen, wie das dann tatsächlich im Konkreten organisiert wird. Wenn wir uns vorher schon angeschaut haben, dass wir natürlich auch Teil der Sozialisation von Jugendlichen sind, dass es auch darum geht, einen Bildungsauftrag mit wahrzunehmen, dann wäre natürlich auch ein Teil, den man nicht außer Acht lassen darf, den man natürlich auch informell nebenbei machen kann. So etwas wie Medienkompetenzförderung, gerade aktuell zum Beispiel, wenn es um so etwas geht, eben wie Corona, was ist denn echt, was ist nicht echt, wo man hier natürlich auch Aufklärungsarbeit leisten kann. Die rechtlichen Aspekte, die sind tatsächlich bei digitaler Medienarbeit wichtig und schwierig, weil wir haben immer das Problem, zum Beispiel bei WhatsApp, wenn es um Datenschutz geht, die Daten von Jugendlichen, von Minderjährigen auf einem Smartphone zu verarbeiten, an den Server in Amerika zu schicken, ist eine schwierige Sache und da ist es tatsächlich so, dass ich mir eigentlich neue rechtliche Regelungen wünschen würde, wo man sagt, es gibt so eine Art Ausnahme für Jugendarbeiter, haben wir aber gerade noch nicht. Dazu kommt natürlich sowas, wie wenn man mit Spielen arbeiten will, die die Kids natürlich zu Hause spielen, die aber eigentlich nicht die Altersfreigabe haben. Das heißt, wenn ich 16 bin, aber 18 nur Spiele zocke, was relativ normal ist, kann ich pädagogisch damit nicht arbeiten, nicht legal. Und auch hier sehe ich ganz großen Regelungsbedarf, dass man tatsächlich sagt, wir brauchen sowas wie eine Pädagogik-Ausnahme, wo man sowas auch verwenden darf. Wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Situation anschauen, was denn tatsächlich so alles gemacht wird, da habe ich hier einen Link, der ganz gut einiges zusammenfasst, was gerade in der digitalen Jugendarbeit so passiert. Und wenn man das Netz durchkämmt, dann gibt es eigentlich so ein paar Punkte, wo man feststellt, das ist das, was gerade passiert. Es werden Beziehungen gepflegt und die Jugendarbeiter sind einfach online verfügbar. Teilweise zu festen Zeiten, teilweise gibt es so Live-Schalten auf Instagram oder einen Twitch-Stream zu irgendetwas. Es gibt Angebote, um online gemeinsam zu kochen, Musik zu machen oder eben tatsächlich diese aufsuchende Jugendarbeit online. Was auch viel gemacht wird, ist, dass Inspirationen gegeben werden, Challenges, die viel auch mit Corona zu tun haben, also so Masken-Nähe-Challenge zum Beispiel oder How-Tos, wie mache ich irgendwas oder was könnt ihr spielen, digital oder analog. Außerdem gibt es dann so virtuelle Video- und Audiotreffs, also tatsächlich so eine Art virtuelles Jugendzentrum, wo sich die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter dann eben mit ihrem Klientel online treffen und einfach quatschen oder irgendwelche Spiele online gemeinsam spielen. Und natürlich auch eine wichtige Möglichkeit und wichtige Funktion ist, Informationen zu geben. Das heißt tatsächlich zu Hilfsmöglichkeiten, zu dem, was da gerade passiert und vor allem dann eben auch, wenn wir zum Beispiel Kinder haben, die in prekären Situationen sind, mit an wen wende ich mich denn, wenn es jetzt Gewalt zu Hause gibt. Also auch das ist etwas, was gerade tatsächlich passiert. So, wie sehen Sie das? Also ist das, was gerade passiert, dass wie eigentlich Jugendarbeit immer parallel vielleicht funktionieren sollte zu den eh schon angeboten im Offline-Raum, den Jugendarbeit hat? Oder gibt es noch ganz andere Aspekte, die ich überhaupt nicht erwähnt habe? Ich freue mich, wenn wir da gleich im Chat drüber diskutieren. en Ich freue mich jetzt